Ja, die Singgemeinschaft Maria Neustift beteiligt sich heute bei einem Flashmob, der ganz österreichweit stattfindet. Und zwar geht es da um die Chöre für Menschlichkeit. Es geht um das Lied Schwarz oder Weiß vom Reinhard Fendrich. Und das Lied soll eben ausdrücken, dass wir alle Menschen sind, dass es geht gegen Fremdenhass und für ein besseres Miteinander. Also liebe Besucher vom Südbahnhofmarkt, bitte um eure kurze Aufmerksamkeit. Danke! Es geht um das Lied Schwarz oder Weiß vom Reinhard Fendt. Und die Amts vom Schwarzen Mond, kommt schon in der Kindheit auf. Die Körsung heut wie ein Gewicht, mit Rechten regt man ab und her. Die Körsung heut wie ein Gewicht, mit Rechten regt man ab und her. Die Körsung heut wie ein Gewicht, mit Rechten regt man ab und her. Die Körsung heut wie ein Gewicht, mit Rechten regt man ab und her. Die Körsung heut wie ein Gewicht, mit Rechten regt man ab und her. Die Hälfte bringt die Herd und man sich hat schon bei Skalieren. Nicht nur Schwarz oder Weiß, wir sind holle Grundverschieden, doch auch ganz stark wie ein Kind, auch wenn's gut ist immer rum. Nicht nur Schwarz oder Weiß, wir sind liebe Jugendchristen und finden, um zu an und zu hören. Nicht nur Schwarz oder Weiß, wir sind holle Grundverschieden, doch auch ganz stark wie ein Kind, auch wenn's gut ist immer rum. Nicht nur Schwarz oder Weiß, wir sind holle Grundverschieden, doch auch ganz stark wie ein Kind, auch wenn's gut ist immer rum. Nicht nur Schwarz oder Weiß, wir sind holle Grundverschieden, nicht nur Schwarz oder Weiß, wir sind holle Grundverschieden, nicht nur Schwarz oder Weiß, wir sind holle Grundverschieden, nur die Ahnen, nur die Ahnen-Kauten, nur die Ahnen-Kauten, nur die Ahnen-Kauten, nur die Ahnen-Kauten, schärfst es nicht. Schwarz oder Weiß, wir sind holle Grundverschieden, Wer den Sieger so bringt, dann über die Welt.